Moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, es ist gut möglich, dass das heutige Video ein ganz klein bisschen ungeordnet daherkommt. Denn zum einen kann ich über das Messerchen, das ich euch jetzt gleich zeigen werde, gar nicht so viel sagen. Denn zum Macher fehlt mir so ein bisschen der Hintergrund. Darüber hinaus ist es einfach so, dass das Messer erst seit Freitag bei mir ist. Heute ist Sonntag. Das ist ein Tauschstil, den ich für einen Freund an Land gezogen habe. Und dieses Messer ist also nur auf der Durchreise bei mir. Ich möchte aber die Gelegenheit nutzen und es euch kurz zeigen. Es handelt sich dabei um ein Messer von John Graham. John Graham wird ja den meisten ein Begriff sein, wegen seiner Razel Modelle. Also ein Graham Razel, hier ist so eine Mini-Version. Ich weiß gar nicht, ob das noch ein Stubby ist oder ob das hier noch kleiner ist. Auf jeden Fall, ich brauchte eine Weile, um mit den Messern und den Designs ein bisschen klar zu kommen. Allerdings, das Kleine hier macht so einen irrsinnigen Spaß. Die Action ist top, das ist gut eingestellt. Also ich bin so langsam auf den Geschmack gekommen. Allerdings muss man bei so einem kleinen Messer auch aufpassen, dass es einen nicht beißt. Denn je nachdem, wie man greift, gibt es doch schon die Tendenz, dass diese Razel-Klinge, dieses Kunstwort aus Razor und Schizzle, also aus Rasiermesser und Stechbeitel oder Stechmeißel, ich glaub, das charakterisiert die Klinge auch ziemlich gut, dass einen das dann beißt. Ja, und von diesem John Graham, Messermacher aus Cleveland, Tennessee, also es gibt mehrere Clevelands in den Vereinigten Staaten und in dem Fall ist es Cleveland in Tennessee, kommt dieser Zwerg hier. Zum ersten Mal muss ich feststellen, zum einen muss ich mal feststellen, das wollte ich sagen, es handelt sich hier bei der Lederscheide um ein wirklich nahezu perfekt verarbeitetes kleines Stück. Absolut großartig, wie der Clip eingelassen ist. Der funktioniert bei meinen Jeans auch bei der fünften Tasche oben, bei der Kleingeld- oder Uhrentasche. Das ist also ziemlich cool, die ist also nicht allzu breit. Könnt ihr einfach mal bei euch zu Hause gucken, was da so geht. Die ist mit 45 Millimetern etwa, so wirklich klein gehalten. Wenn ihr das Messer so in die fünfte Tasche steckt, der Clip sichert außen, und dann könnt ihr an dem Laniard bequem das kleine Messerchen ziehen. Ja, wie gesagt, diese Mini-Lederscheide, absolut hervorragend, top gearbeitet. Ja, und dann kommt das eigentliche Prunkstück. Dieses winzig kleine Messerchen von John Graham. Ihr seht schon direkt, es ist beidseitig geschliffen. Von der Größe her ist es für mich gerade so ein Dreifingermesser. Der Daumen liegt wunderbar hier oben auf dem Klingenrücken. Der ist auch schön flach, das heißt, hier habe ich genügend Auflagefläche, das funktioniert einwandfrei. Und der kleine Finger findet irgendwo halt hier hinten an dem Knoten vom Lederlaniard. Das passt wunderbar und somit habe ich einen ganz hervorragenden Boxcutter. Ich glaube, die Waffeneigenschaft braucht man diesem Messerchen nicht zuzusprechen. Ihr seht mal, im Vergleich zu meinem Daumen, ja, das ist also nichts, was in irgendeiner Form auf irgendjemanden bedrohlich wirken müsste. Die Grindlines, das ist mir auch direkt aufgefallen, sind großartig ausgeführt. Jemand hatte unter die ersten Bilder schon gesagt, es sieht aus wie ein Unfall, dass der untere Anschliff hier in den oberen hineinläuft. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich nicht. Ich finde diese Überlappung sehr, sehr gelungen. Das gibt der Klinge eine ganz außergewöhnliche Dynamik. Aber ich verstehe den Punkt dazu. Die Laserung des kleinen Graham-Logos, hätte man die tatsächlich ein bisschen weiter nach oben und ein bisschen weiter nach rechts verschoben, dann wäre die nicht in den Grind übergegangen. Also da muss ich sagen, das ist vielleicht ein kleiner Fauxpas. Den muss man ganz deutlich so nennen. Das hätte ich vermutlich anders gemacht. Rückseite clean. Stahl ist der 154 cm, wenn ich mich nicht irre. John Graham setzt in der Regel auf 440 C, 154 cm oder S30 V. Allerdings sagt er bei seinen Custom-Messern, er verwendet jeden Stahl, der gewünscht wird. Bei den in-house gebauten Modellen, ich glaube das sind alle, soweit ich weiß. Ich habe es eben mal versucht nachzulesen. Er vertraut also auf die Härtung von Paul Boss. Ja, wer sich mit den Backmessern auskennt und dieses kleine gelaserte Logo von Paul Boss kennt, der weiß, der Mann ist in der Lage aus jedem Stahl das allerbeste rauszuholen. Also großartige, großartige Sache, dass die Klingen dort gehärtet werden. Ja, darüber hinaus, traumhaft schönes Mikata als Griffschale mit noch schöneren Mosaik-Pins. Da bin ich extrem begeistert. Kleine Messing-Hülse hier hinten für das Lanyard. Ansonsten, auch wenn es so klein ist, das Messer hat gerade mal knapp über 11 cm Gesamtlänge. Wirklich ergonomisch. Da gibt es gar nichts. Also das Ding liegt ganz hervorragend in der Hand. Und wenn ich das mit meinen Riesenpatschen sage, dann hat das schon was zu bedeuten. Ja, und das Mikata nennt man Westinghouse Mikata. Benannt nach George Westinghouse. Sehr umtriebiger amerikanischer Erfinder und Unternehmer. Der hat wohl bis zu seinem Lebensende über 60 Fabriken gegründet, über 360 Patente angemeldet. Hat viele Patente von Nikola Tesla gekauft und vermarktet. War als Vertreter des Wechselstroms zeitweise auch erbitterter Gegner von Edison, der ja den Gleichstrom bevorzugte. Ja, und unter anderem hat dieser George Westinghouse wohl 1910 rum auch das Mikata erfunden. Was ja im Grunde nur ein saugfähiges Material, also ein Stoff, Leinen, heute auch gerne mal Jute oder sonst irgendwas. Aber auch verschiedene Hölzer, die in Harz getränkt werden, gepresst, getrocknet. Ja, und dann anschließend in Form geschliffen werden können. Ein sehr haltbares, sehr festes Material. Wunderbar. Ich liebe Mikata über alles. Ja, und hier haben wir halt dann Mikata, das auch tatsächlich nach dem Erfinder George Westinghouse benannt ist, als sogenanntes Westinghouse Mikata. Ein wunderschöner Farbton. Erinnert ein bisschen an antike Knochengriffschalen. Hat so eine ganz leichte Maserung. Farbvorläufe, so ein bisschen ins Dunklere und teilweise dann ins Hellere gehend. Also unregelmäßig. Gefällt mir alles sehr, sehr gut. Es wirkt unheimlich natürlich, natürlich, natürlich und ja, einfach nur schön optisch und haptisch ganz genauso. Alles in allem kann ich sagen, dieses wunderbare kleine Messerchen hier ist die riesengroße Überraschung des noch jungen Jahres 2019. Ich bin unheimlich froh, dass es mir gelungen ist, diesen Tauschstil abzuwickeln. Ich war mir nicht ganz sicher, ob der Freund, für den ich das an Land gezogen habe, ob der wirklich einverstanden ist mit diesem Tausch. Eigentlich war ein Tausch nicht vorgesehen. Das war eines der Messer, die ich für ihn verkaufen wollte, verkaufen sollte. Ja, es wurde mir angeboten. Ich wusste, dass er über die Razels schon ein absoluter Fan der Messer von John Graham ist. Ich habe es ihm vorgeschlagen, habe ihm ein paar Bilder weitergeleitet. Und wir konnten den Deal unter Dach und Fach bringen. Da freue ich mich. Ja, ganz liebe Grüße und vielen Dank auch nochmal raus an denjenigen, der mir dieses Messerchen zum Tausch angeboten hat. Ich hoffe, mit diesem Video siehst du, dass es wirklich gut angekommen ist im doppelten Sinne. A, physisch bei mir angekommen, aber dann auch, dass es bei mir richtig, richtig gut ankommt. Und nach dem, was ich bis jetzt mitbekommen habe, beim künftigen Besitzer ebenso. Ähm, natürlich wollte ich euch dieses Messer nicht vorenthalten, bevor ich es auf die Reise schicke. Ähm, das musste ganz einfach noch vor die Kamera. Ähm, ich denke mal, ähm, solche Sachen wie Klingenstärke und, äh, Stärke hinter der Phase, ähm, sind nicht wirklich von gesteigertem Interesse bei so einem Mini-Custom. Ähm, ich würde euch ganz gerne das Gewicht des Messers noch zeigen. Einmal mit, einmal ohne Lederscheide. Hier, das Lanyard lassen wir natürlich dran. Hier haben wir nur das Messerchen mit Lanyard. Ja, ziemlich genau 50 Gramm, 59,6, äh, 49,6 sind es jetzt. Ähm, wenn ich die Lederscheide noch dazu nehme, sind wir bei 81 Gramm für ein kleines Fixt mit Lederscheide, mit Clip. Ähm, ist das ein ganz wunderbarer Wert. Ähm, ich weiß, der neue Besitzer wird sich, ähm, beim Lanyard, ähm, etwas anderes einfallen lassen. Das heißt, das Lederbändchen wird wahrscheinlich wegkommen. Ähm, das spart dann ein, zwei Gramm. Ähm, dafür wird wahrscheinlich ein, äh, Paracord mit Beat folgen. Ähm, da bin ich mir schon relativ sicher, dass das so kommen wird. Ähm, dementsprechend, äh, rechnet man da einfach nochmal ein paar Gramm oben drauf. Ähm, aber ich glaube, am Ende, ähm, wird das ein hochtaugliches Messerchen sein, was den neuen Besitzer, äh, hoffentlich auch, äh, häufig begleiten wird. Ähm, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, ähm, dass ich das Ding hier noch befingern konnte, dass ich es euch noch vorstellen konnte. Äh, ja, und damit möchte ich es für heute auch belassen. Ich danke euch fürs Reinschauen. Ich wünsche euch allen einen tollen Tag, tollen Abend, wann immer ihr das Video schaut. Und ich sage wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin. Bye, bye.